Und ein Moinzen zu den VfB-News. Ja, man wird das seit langem, ne? Das ist halt immer auch wirklich schwierig, da irgendwie einen gescheiten Zeitpunkt zu finden, weil ich es immer ein bisschen auch ein Overload finde. Gerade jetzt die ganzen Samsung-Spiele, die wir jetzt haben, das heißt, da kommt immer der Donnerstag der Vorbericht, Samsung der Stream, dann irgendwie dazwischen noch die VfB-News rein, sie bei einem Freitag, keine Ahnung. Lohnt sich ja natürlich auch nicht immer, ne? Einfach von der News-Lage her und so weiter. Jetzt habe ich aber mal gesagt, komm, stopp, es wird langsam mal wieder eindeutig zu viel. Es muss wieder runtergelabert werden, was wir alles am Start haben. Und bestes Beispiel war eigentlich gerade schon fertig, doof gesagt, dass ich nicht mit aufnehmen, sondern mit Tabs öffnen, Quellen und sowas, schon mal quasi einen Link für euch machen und so weiter, damit ihr alle Quellen habt und sowas. Und zack, kommt auch was Neues auf Twitter. Also unglaublich, ständig findet man irgendwas Neues. Finden, Überleitung des Todes. Könnt ihr mich jetzt auch bei Blogs, vielleicht ist es von dem einen oder anderen schon ein Begriff, das ist das Netzwerk für Fußball, Blogs und Podcasts. Aber das heißt, recht klein, aber recht neu auf jeden Fall. Auf dem Ding selbst passiert, doof gesagt, nichts. Das ist einfach nur eine schöne Übersichtsseite, würde ich es einfach mal betiteln. Du hast da auch den STR-Podcast mit drauf und eben auch mich. Das heißt, da könnt ihr mich auch finden. Aber gut, wenn ihr hier seid, habt ihr mich eh schon gefunden. Trotzdem, ich wollte es gesagt haben, dass ich da jetzt auch am Start bin. So, ich habe wieder versucht, das irgendwie in Kategorien zu packen. Ist nicht ganz easy gewesen. Wir machen jetzt hier so ein bisschen, was ist denn das? So ein bisschen Marktwert und Verein quasi machen wir so ein bisschen. Weil, ganz interessant, das müsste halt, was heißt müsste, es war nach den Marktwert-Updates, kam raus, Transfermarkt.de, dass wir tatsächlich die Nummer 9 sind in der Bundesliga mit dem wertvollsten Verein. Also rein alle Spieler, Marktwert zusammengepackt. Sind wir auf Platz 9 mit 186 Millionen. Auf Platz 10 kommt Freiburg mit 143 Millionen und über uns Frankfurt auf 8 mit 199 Millionen. Das heißt, so ein bisschen, da klafft eine Lücke natürlich aktuell zwischen Tabellenplatz und Marktwert. Sehr krass. Wir haben es auch einzeln gemacht, so natürlich quasi höchster Marktwert von Position zu Position und so weiter, Transfermarkt.de. Und tatsächlich, Silas Katompa Mwumpa ist der wertvollste rechte Mittelfeldspieler in der Welt. Ich meine, vermutlich liegt es wahrscheinlich auch daran, dass es halt noch ein anderes Ding gibt für rechter Flügel oder wie auch immer. Weil eigentlich gibt es ja auf rechts noch genügend andere. Aber, so wie es jetzt steht, so wie ich die Grafik hier vor mir habe, Transfermarkt.de, wertvollster rechter Mittelfeldspieler der Welt. Silas Katompa Mwumpa, 25 Millionen, 23 Jahre alt der Bre. Nummer 2 kommt Corona von Porto mit 28 Jahren und 22 Millionen. Marktwert auf jeden Fall eine heftige Nummer. Genauso heftig. Da habe ich auch erstmal geschaut, als das hier kam. Geht um Kaderwerte, auch über das gesamte Jahr als, quasi mit Plus und Minus, wie viel der Kader zugelegt hat und wie viel er verloren hat. Da sind ganz schlecht dabei, Hertha, Schalke und so weiter. Aber wir sind wild dabei. Wir haben in der Bundesliga den höchsten, die höchsten Pluswert quasi erreicht. Wir haben die höchste Steigerung erreicht. Vor allem dank dieser ersten Jahreshälfte, mit der Rückrunde noch. Wir legten um 82,8 Millionen Euro zu in Marktwert, gesamt vom Team. Auf jetzt, wie gesagt, 186 schreiben sie da. War das jetzt gerade das Gleiche? Ja, genau. 186,3 Millionen sind sogar noch mal genauer. Also der Bundesliga hat kein Team mehr an Marktwert zugelegt. In diesem Kalenderjahr oder im letzten Kalenderjahr sind wir schon bei 2022. 2022 und ich switche mal durch die Bildershow weltweit. Wo waren wir auf Platz 6, glaube ich? Ja, auf Platz 6. Wir sind weltweit auf Platz 6. Vor uns noch Ajax Amsterdam, dann Aston Villa, Sporting Lissabon tatsächlich. Auch in den Talenten Man U und ganz vorne Brentford. Auch wieder so ein Aufsteiger-Ding, die mit einer guten Saison, glaube ich, noch in der Liga waren dann. Aber wir sind auf Nummer 6 der Welt oder Europäer. Ja, europäisch ist also das hauptgroße Ding mit Fußball. Also man kann, glaube ich, auch weltweit sagen. In Sachen Zuwachs im Marktwert. Das ist heftig. Das ist ganz schön, ganz schön heftig, finde ich. Auch Rekordzahlen gibt es bei den Bundesliga-Rookies natürlich bei uns. Das sind wir ja mit oben dabei mit dem BVB, glaube ich, noch. Nachdem jetzt natürlich auch hier Rookie Ito das Ding gewonnen hatte im November. Ja, davor auf jeden Fall alle aufgelistet. Februar 2018, Benjamin Pavard. Januar 2019, Nicolas Gonzalez. März, Kabak. Und Rookie der Saison, 18, 19, auch komplett, wird wahrscheinlich auch diese ganzen türkischen Votes halt, muss man auch so ehrlich sagen. Auch nochmal, Ozan Kabak, der kam ja erst zur Rückrunde und gewinnt trotzdem Rookie der Saison. Oktober 2020, Klimovic. Und dann haben wir es November 2020, Dezember 2020, Februar 2021. Und Rookie der Saison 2020, 2021. Alle viermal Silas, Katompa und Wumpa mitgenommen, die Dinger. Und natürlich dieses Jahr auch noch September 2021, äh, die Saison auch noch, September 2021, Oma Mamouche und eben Ito. Das ist eine, das ist eine kranke Nummer. Ne, ne, ich will den Übergang nicht machen mit kranke Nummer, aber trotzdem natürlich eine fragwürdige Nummer waren die Geschichten, die rund um die mini-kurze Weihnachtspause gegangen sind. Zum Thema, was machen unsere Spieler so, wo sind sie so. Natürlich kann man da jetzt keinem groß was vorwerfen, jeder soll mit seiner Freizeit was machen, was er will. Natürlich hier ein Twitter-User hat geschrieben, äh, will ja wahrlich keine Neidiskussion aufmachen, aber wenn ich die Urlaubsbilder unserer Profis sehe und daneben aufrufe, Geisterspieltickets zu kaufen, äh, habe ich. Ich habe ein Geisterspielticket, finde ich sehr schön, steht hier bei mir im Zimmer. Ähm, oder keine Rückerstattung in Anspruch nehmen, um die Zahlungsfähigkeit aufrecht zu erhalten, habe ich schon Fragen und das andere auch. Sascha, Bobby, also Massimo und Tongi Kodibali haben für mich heute gut an Sympathie eingebüßt, das waren, glaube ich, alle drei, die bei diesem Dubai, in Dubai, bei diesem, also auf jeden Fall in Dubai waren und, glaube ich, auch, also Kalaj auf jeden Fall bei diesem Nussrett-Typen, der, keine Ahnung, sein Fleisch besonders schön schneidet und ein bisschen Salz drüber ballert, ne. Ähm, also wie gesagt, ich will hier auch keine Neidiskussion aufmachen und sowas, es gab auch ein geiles Bild, übrigens nach dem Motto, habe ich auch mal in Instagram-Sorry gepackt gehabt damals, ähm, von jemandem abgescreenshottet auf Twitter, wo eben dieses Bild von Kodibali irgendwie aus dem Flieger ist, wahrscheinlich, glaube ich, auch Richtung Dubai oder von Dubai wieder zurück, äh, nach dem Motto, Symbolbild, vielen Dank für eure Soli-Tickets. Jetzt, ja, ja, es kann dann, ja, wie gesagt, sollen sie machen, wie sie wollen, aber es stößt mir auch tatsächlich irgendwie selber so ein bisschen sauer auf, das ist, ja, es passt irgendwie nicht alles so zusammen, aber, ey, du kannst den nicht in ihr Privatleben, Privatleben groß reinlabern. Ähm, wir machen weiter mit, auch wieder ganz vielen Vereins-Stats, würde ich mal sagen, ganz viel Interesse, also für mich zumindest, interessante Auswertungen, sonst würde ich sie nicht reinnehmen, ich mag, mag ja so Statistiken und Auswertungen und sowas, bin ich ja durchaus Fan von, äh, Fußballtransfers.com hat die Top-Elf des Jahrtausends vom VfB, ähm, genommen, also halt einfach nur, klingt krasser, als es ist, einfach die Top-Elf seit 2000, so. Timo Hildebrandt, oh, ich gucke einfach hier durch, da ist einfacher, Timo Hildebrandt, Bordon, Meyra, Lahm links, Hinkel rechts, Soldo davor, davor, Klepp, Kedira, Balakow und ganz vorne Gommes und Kakao, könnt ihr mal überlegen, ob ihr da mitgehen würdet, bei, äh, dieser Jahrtausendelf quasi vom VfB, ob ihr auch hier mitgehen würdet, wahrscheinlich würden es die meisten machen, na, obwohl ich weiß nicht, die meisten Jüngeren oder Näheren, so ähnlich wie ich, würden es wahrscheinlich machen, die, die noch, noch älter sind, noch mehr VfB gesehen haben, würden wahrscheinlich so nicht mitgehen, aber war ein Voting vom Sportstudio, vom ZDF, also, das sind eure Vereinslegenden, die haben wohl irgendwann wieder Umfragen gemacht oder sowas, ähm, Mario Gomez ist durch die Votings, äh, quasi unser, unsere Vereinslegende geworden, ähm, ganz knapp, äh, vor Jürgen Klinsmann, der ist da auf Platz 2 gekommen, schreibt, ist ZDF, oder Sportstudio in dem Fall, ähm, auch krass, Jahrestabelle, wir hatten gerade schon eine Jahresauswertung in Sachen Marktwerte, Jahrestabelle, ähm, ja, stehen wir da, 38 Spiele, 44 Punkte, das hilft natürlich noch sehr viel, diese gute Rückrunde noch, oder gut, letzte Saison insgesamt, ähm, das heißt, wir sind 18er, 17er, 16er, 15er, 14er, 13er, 12er, 11er, 11er sind wir in der insgesamten Bundesliga-Jahrestabelle, ganz unnatürlich, Fürth, vorletzter Schalke, mit 12 Punkten aus 21 Spielen, äh, schon heftig, Bremen auch, 17 Punkte aus 21 Spielen, mit der krankschlechten Rückrunde, der krankschlechten Phase, um abgestiegen zu sein, sehr, sehr wild, ähm, aber da sind wir auf Platz 11, recht neutral, ähm, auf dem ähnlichen Platz, ja, genau, auf dem gleichen Platz sogar, wusste ich es doch noch, äh, auf Platz 11, wären wir, auch so eine komplette useless, äh, Statistik eigentlich, aber ich mag sowas, äh, ist Halbzeit-Tabelle, äh, die Bundesliga-Tabelle, wenn zur Halbzeit Schluss wäre, da wären wir in dieser Saison bei, ja, auf Platz 11, ne, mit, äh, 19 Punkten, aus dann 17 Spielen, ne, das war dann zum Ende der Hinrunde, dieses Voting, oder dieses Voting, diese, äh, Auswertung, was der VfB auch wieder schön gemacht hat, mit einem Aber, komme ich gleich dazu, wunderschön, Jahresrückblick 2021 Teil 1, gegen die Rückrunde der letzten Saison, schön mit Videos, mit Tor, mit Toren, mit Klub Missglatt hat immer wieder was reingequatscht, weiß nicht, ob noch wer anders dabei war, der was gesagt hat, und auch Jahresrückblick Teil 2, mit der Hinrunde von dieser Saison, auf VfBTV, auf der Webseite, aber da kommt MSA, aber nur auf VfBTV, nur da, da gibt es vielleicht ein Tweet oder sowas dazu vom VfB, das es ein Jahresrückblick gibt, wenn überhaupt, sonst muss es irgendwie auf der Webseite finden, dieses VfBTV-Ding, da stelle ich mir wirklich die Frage, weil die Rechte müssen sie ja haben, ich meine, die Debatte hatten wir auch schon oft gelungen, ich habe die VfB-Trailer gemacht und sowas, natürlich jetzt rechtlich nicht mehr, auch damals rechtlich schon schwierig, äh, aber ich habe sie gemacht, weil der VfB sowas ja auch nicht macht, ich meine, die machen ihre kurzen Clips vorm Spiel, ja, 15 Sekunden, whatever, aber die nutzen ihre Rechte nicht, weil die haben doch safe, wie jeder andere Vereine, Frankfurt, Dortmund, wie auch immer, Bayern, wer auch immer das alles besser macht, die haben ja ihre Rechte an ihren Spielen, Toren, Highlights, whatever, machen einen schönen Jahresrückblick, auch letzte Saison habe ich noch dasselbe gesagt, schöner Jahresrückblick gewesen, wirklich schön, mit Missland hat und so weiter, war ja auch eine geile Rückrunde, geile Saison, alles schön gewesen, aber sie bringen diesen Scheiß nicht auf YouTube, es schaut sich doch kein Mensch diesen Scheiß auf der Webseite an, ich meine, ich habe es getan, aber die wenigsten werden vielleicht sogar überhaupt wissen, dass es das Ding gibt oder das gefunden haben auf der Webseite, ladet das Ding doch auf YouTube hoch, ihr macht eh schon nur Pressekonferenzen auf YouTube, die vielleicht mal 1.000, 2.000 Aufrufe mitnehmen, jetzt mal übertrieben gesagt, dann irgendwelche kurzen Aquarömer sonst was Videos, wo irgendwie 2-3 VfB-Spieler dazu genötigt werden, irgendwelche Fragen zu beantworten oder so, mal sichtlich mit mehr Bock, mal sichtlich mit weniger Bock, das war's, ladet doch sowas hoch, das macht Aufrufe, das ist geil, auf YouTube ist eh viel einfacher, Ich verraff nicht, warum man sowas nicht auf YouTube hochlädt, ich ralse wirklich nicht. Wir machen weiter, Trainer, hat der ja Matarazzo jetzt auch Zweijähriges gefeiert, hatte ich ja schon im Vorbericht gesagt, vor Fürth und krasserweise erstmals seit 15 Jahren, schreibt der Kicker, die letzten 5 Bundesligisten halten an Trainern fest. Erst 3 Vereine wechselten in dieser Saison den Trainer, die letzten 5 Mannschaften starteten, hingegen mit dem Coach, der auch zu Saisonbeginn auf der Bank saß, in die Rückrunde, das war wohl scheinbar das erste Mal seit 15 Jahren, sonst ist da immer irgendein Kopf gerollt, scheinbar. So, wir machen kurz Werle, Hits und Co. Nur ganz kurz, weil ist ja klar, Werle kommt, Planung ist Februar, Planung ist April, Bildartikel kam noch raus, mit der Meinung von dem Bild, Zitat von dem Bild quasi, mit Werle als Boss kann Missy da gut leben, auch weil er sich darauf verlassen kann, seine zuletzt finanziell erfolgreiche Transferpolitik mit jungen Talenten weiterzuführen, das ist natürlich ein extrem wichtiger Punkt, den wollte ich hier nochmal nennen, dass das funktioniert, mit ein bisschen dabei immer die große Debatte, lauter Bild passt, aber wir werden das natürlich selber noch sehen. Februar, deswegen habe ich schon im Kopf gehabt, weil dann auch Medienberichte kamen, dass er vielleicht schon im Februar reinschaltet und nicht erst im April, dass er vielleicht ein Hitzesbergang quasi schon früher weg ist, wie auch immer, damit er eben im Februar schon und nicht erst im April noch früher drin ist in Vorbereitungen und Planungen für die nächste Saison. Dann wird's wild. Durchaus, weil das Gerücht hinkloppt schon mal irgendwo rum, aber es wurde dann quasi offiziell, ich habe jetzt noch, glaube ich, noch keinen offiziellen Tweet von Leipzig gesehen oder sowas, aber die Bild berichtet, Sky kann die Information bestätigen. Mario Gomez heuert beim Bundesliga-Club an, er wird technischer Direktor bei Red Bull Soccer International. Das heißt, er wird fortanfällig geschicke bei RB Leipzig, den New York Red Bull und Bragadino in Brasilien zuständig sein. Strategische Planung und strukturelles Arbeiten stehen für Gomez bei allen drei Clubs im Vordergrund. Ja, das ist natürlich erstmal schade. Vielleicht kennt man auch dieses GIF von Gomez, wo er quasi nach irgendeinem Leipzig-Spiel diesen Handshake verweigert mit dem Leipziger Typen quasi, den so doof angrinst. Ich glaube, der größte Fan rein, wie soll man sagen, nicht fußballerisch, aber rein vom Aufkommen von dem Verein und so weiter war Gomez, glaube ich, auch nie von RB Leipzig. Auch, keine Ahnung, wäre natürlich cooler, wenn er zu irgendeinem anderen Club gegangen wäre. Bei uns, gut, das wäre halt der nächste Beginner quasi gewesen. Das ist ja keiner, der jetzt irgendwie schon ewig keinem Mundsiger-Business ist. Das wäre halt der nächste Versuch quasi mit einem VfB-Legende, muss man einfach so einfach sagen. Und dafür ist dann halt, muss man auch so ehrlich sagen, Leipzig ein krasser Anfang. Also Leipzig ist einfach eine Marke im Fußball in Deutschland, ist einfach so, eine Marke, wo es heißt, wo man weiß, die arbeiten das her sehr gut, die holen gute Leute ran. Das funktioniert dort, dass er an Gomez geholt wird. Ist schon ein heftiger erster Schritt für Gomez. Ob das natürlich, ja, die Sympathien kann er eh nicht kaputt machen, finde ich. Also auch erster Gedanke war so, boah, Bruder, was machst du jetzt bei RB Leipzig? Muss das? Aber ey, das ist ein sportlich krasser Schritt, karrieremäßig ein krasser Schritt für ihn. Und die Sympathien kann er bei uns eh nicht groß verspielen. Das ist eine VfB-Legende und fertig ist. Dann dazu, vielleicht könnte ein Kollege direkt hinterherkommen. Das Gerücht hat man auch schon mal mit drin. Jetzt kommt es wieder auf. Hitzesberger als Sportdirektor zu RB Leipzig. Ja, das kam irgendwie, keine Ahnung, irgendwo mal auf, das Gerücht. Sky hat es mehr oder minder aus dem Raum wieder geworfen, das Gerücht. Aber wie gesagt, das bleibt da auch hängen. Und da habe ich zwar Leipzig hier auch noch mit reingenommen und würde mich auch nicht groß wundern, weil das wäre der nächste gute Schritt für den Hitzesberger. So, Leipzig, wie gesagt, keine schlechte Adresse und auch Hitzesberger bei Gott kein schlechter Mann. Deswegen würde mich auch nicht wundern, wenn das auch noch passieren würde, aber scheinbar gerade auch nicht. Wirklich 100% ernst zu nehmen, das Gerücht. Wurde aber wieder mal berichtet von irgendwelchen Leipziger Geschichten auch. Wir gehen zu Transferfenster so ein bisschen rein. Kempf, Klement, Tommy und Co. Diese Profis könnten den VfB im Winter verlassen. Weiblinger Kreiszeitung oder Weiblinger Zeitungsverlag, so rum. Kempf, ja, ist jetzt unklar. Wir hatten es jetzt in Fürth gesehen, dass selbst ein Stenzel Vorzug bekommen hat. Kann gut sein, dass er uns doch noch im Winter verlässt. Aber würde ich auch bei der Prognose von dem mitgehen, dass er, glaube ich, eher im Sommer geht. Klement ist die Frage. Da sprechen sie, ich gehe immer die Prognosen durch, da sprechen die von Laie. An den ambitionierten Zeitung schreiben sie dazu, mit Kaufoptionen vielleicht. Tommi, ja, meinen sie quasi, kriegst du doof, sagt nicht los so. Tommi bleibt, könnte aber im Sommer gehen. Armada bleibt auf jeden Fall. Sissi wird verliehen ohne Kaufoptionen, schreiben sie in der Prognose. Mola, schreiben sie, bleiben beim VfB. Stenzel bleibt beim VfB erst im Sommer, könnte im Wechsel über die Bühne gehen. Schreibt hier, wie gesagt, die Weiblinger Zeitungsverlag, schreibt das dazu. Lustig finde ich auch, wir haben ja noch ein paar Leihspieler. Aber wir haben das große Tum-Tum gehabt, um diesen Riccardo-Peppi-Transfer zu Augsburg für, was ist das jetzt, 14, 15, 16 Millionen, wie auch immer, mit Sponsor hier und da und Augsburg und wo und wie geht das jetzt auf einmal. Aber lustig ist natürlich, ein paar VfB-Fans, ja, dem schon mal was mitgegeben haben. Ricky Palm, auch vom guten STR-Podcast, auf Englisch geschrieben, quasi, dass der Peppi sich auf Scheiße vorbereiten soll, weil Weinzierl ein Trainer, ein Karrierekiller ist. Weil, haben wir bei Maffeo gesehen, eigentlich auch ein Riesending, Riesenkohle ausgegeben und dann komplett gestorben, direkt in den ersten paar Spielen gefühlt. Woran es lag, ist jetzt die andere Frage. Ries ja auch, dass er einfach selber nicht so ganz auf der Höhe war hier und nicht so ganz mit dem zurechtkam, was hier alles dann vorlag und so. Und irgendwie was anderes. Er hat selber nicht perfekt, war natürlich der Maffeo, das spielen immer beide Seiten eine Rolle. Aber er hat jetzt quasi geschrieben, dass er Peppi doch den Maffeo fragen soll, der weiß, wie es ist, unter Weinzierl trainiert zu werden oder zu trainieren. Er ist ein Karrierekiller, hat beide markiert. Und man findet einfach unter Pablo Maffeo, gefällt mir Angaben, kann man ja über Twitter einsehen, sieht man einfach, dass er diesen Tweet geliked hat. War auch noch bei anderen Tweets so. Hat auch mal irgendwer geschrieben, dass Weinzierl ein Karriererisiko ist. Auch den hat er geliked. Kann natürlich sein, dass er einfach jeden Kommentar liked, in dem er markiert wird. Aber ist natürlich einfach, wenn es so ist und er nicht auswählt und guckt, was geschrieben wird und dann erst liked. Selbst dann wäre es ein lustiger Zufall. Aber ist schon feierbar. Ist schon feierbar. Diese Social Media Welt ist schon wild. Auch ein wildes Gerücht. Südl-Nachfolger. Konstantinos Mafropanos könnte eine Option für die Bayern werden. Kam zum Neujahr. 1. Januar. FCBinside.de Schreibt das irgendwie. Gerüchtefolge auch Schlotterbeck, ein Name und wie auch immer sollen sie haben. Wir haben hier Mafropanos auch im Weser von BVB. Wissen wir auch. Ja, mein Gott. Also ich glaube, bei Mafropanos können wir recht entspannt reingehen. Der muss jetzt erstmal auf, natürlich erstmal weiter Leistung bringen. Da gehe ich auch fest davon aus. Das nächste Ding. Aber natürlich auch verletzungsfrei bleiben. Das war ja auch so ein Ding, was er immer mit sich mitgeschleppt hat. Der Jute Dinos. Und dann, wie gesagt, wir holen den im Sommer erst. Der ist noch ausgeliehen. Wir holen den im Sommer. Ob Abstieg oder nicht. Ist ja scheißegal. Abstieg kann man eine Kaufoption. bei Klassenerhalter eine Kaufpflicht, glaube ich. Das sind, glaube ich, drei Millionen, dreieinhalb Millionen. Ich glaube, man hat beides mal gelesen. Ich meine, er kriegt dann einen Dreijahresvertrag. Habe ich, glaube, auch mal irgendwann gehört von Misslandtat. Bin mir noch nicht sicher. Aber irgendwas mit dem Dreh wird es dann sein. Und dann sollen sie halt kommen. Dann sollen sie kommen. Dann sollen sie mit ihren Geld, mit ihren Geld, ja, Sackkarren, wie auch immer, sollen sie rankommen und uns Angebote unterbreiten. So, bis dahin können wir entspannt schillen. Sollen die im Winter irgendwie schon überlegen, ob sie den Sommer holen wollen. Wir holen ihn erstmal selber. Frisch mit Vertrag ausgestückt. Mal gucken, wie die Saison natürlich dann beendet wurde. Aber ey, dann sollen sie kommen mit ihren Angeboten. Bin ich ganz entspannt. Wir haben jemanden verliehen. Es gibt ja ein paar Leute, die auf der Leihliste sind oder auf der Abgabenliste sind. Wir wollen uns im Kader eher verringern. Kommen wir gleich noch dazu. Makliza, nämlich, der wurde gegen Bielefeld eingewechselt. Letztes ein paar Minütchen hat da sein Debüt gefreut gegen uns. Innenverteidiger. Auch schon 23 Jahre alt. Und der wird jetzt ausgeliehen nach St. Gallen. Scheinbar auch mit Kaufoption. Habe jetzt auch dazu nichts Näheres gelesen. Eigentlich bin ich nicht näher reingegangen. Glaubt, man weiß nicht, wie viel wäre die Kaufoption. Aber natürlich, mit 23 muss man auch so ganz ehrlich sagen, schön, dass er aus der eigenen Reihe ist. Auch Debüt gefreut. Aber mit 23 in der heutigen Zeit ist der Durchbruch halt auch schon fast verloren. Wenn man ganz ehrlich ist. Da muss er eigentlich schon fast früher den Schritt so richtig in die erste Mannschaft machen. Hat er noch nicht gemacht. Jetzt geht er zu St. Gallen, wo auch der gute Leonard Münst ist. Auch ausgeliehen. Da wird es, glaube ich, keine Kaufoption geben nach der Leihe. Aber auch schade, der hat sich jetzt ein bisschen reingespielt. Ich habe es immer wieder beobachtet in Leihspieler-Watch quasi, wie es so läuft bei unseren Leihspielern. Da ist jetzt leider ein Sprunggelenksbruch erlitten. Krankes Ding. Fällt rund vier Monate aus. Gute Besserung an den Kollegen. Beide vermutlich Name oder für beide Namen und beide wird er wahrscheinlich kennen, ist Michael Gentner. Nachwuchsleistungszentrum am Start. Und jetzt auf einmal. Heute kam die News raus. Verlässt das NLZ und wechseln wir zu fortiger Wirkung, auch heftig, zum VfL Wolfsburg. Da war der Direktor der VfL-Akademie natürlich auch ein großer Posten. 17,5 Jahre, so ging es schöner, war er bei uns am Start. 17,5 Jahre und jetzt auf einmal kommt der rasche Wechsel mit sofortiger Wirkung zu Wolfsburg. Das ist schon eine ziemlich, ziemlich wilde Nummer. Das ist der Manager unserer VfB U21 und einfach so, mit dem Fingerschnips, ist er weg in Wolfsburg. Aus den Zitaten, da kann man natürlich auch wieder keine Gründe ablesen und nix und ne, aber wie man es halt kennt aus solchen Dingen, da kann es nicht rauslesen, woran es jetzt genau lag. Aber schon ein wildes Ding. Da war natürlich auch nicht tief genug drin im Nachwuchsleistungszeug. Aber das ist auf den ersten Blick schon ein ziemlich wilder Move. So nach 17, fast 18 Jahren auf einmal, zack, sofortige Wirkung zu Wolfsburg. Wilde Nummer auf jeden Fall. So, wir sind beim Thema Missentat und beim Thema Transfers, was wir abgeben wollen. Bei drei, vier Spielern sind sie scheinbar in Gesprächen. Es kann passieren, dass der eine oder andere rausgeht auf Laie oder auch permanent. Nur mit Sicherheit bleiben, tun auf jeden Fall Eckloff, Mio und Ahamada. An die kommt wohl keiner ran. An wen, der mit rankommt, ist Al-Gadoui und auch schon angekommen ist quasi. Zorniger nämlich, wusste ich auch, dass er da ist. Seit dem Sommer scheinbar. Er ist Alexander Zorniger, Trainer bei Apollon-Limasol. Tabellentritte der zyprischen ersten Liga. Nach Zypern geht's, auch schönes Land. Wetter und so, glaube ich, echt nicht verkehrt dort. Und da ist scheinbar Interesse da bei Hamadi Al-Gadoui und da können es laut der Bild und anderen Quellen demnächst schon Vollzug geben. Vertrag, glaube ich, wir haben es doch mal aus. Wir können ja schon im Winter wechseln, ein bisschen mehr Spielzeit. Hat uns absolut geholfen in der zweiten Liga, auch in der ersten Liga. Immer absolut, ja, Vollprofi halt, absoluter Ehrenmann, der Kollege, absoluter Sympathieträger, auch der gute Al-Gadoui, sympathischer Dude. Ja, wäre schön. Ab nach Zypern hat seinen Job getan, hat uns vor allem zum Aufstieg geholfen, wie gesagt, mit seinen Toren, vor allem Joker-Toren. Dann ab nach Zypern, Digga, genießt den Karriereende, doof gesagt, das ist ja auch schon 31. Bisschen schöne Sonne, bisschen schön Zyprisch Liga zocken, sich ein bisschen von Zorniger anbrüllen lassen. Dann macht das Bruder. Ein bisschen wilderes Gerücht oder was auch schon länger hing, ist einfach unser Name noch mal genannt worden in englischen Medien oder irgendwo im englischen Twitter-Raum quasi. Ist der Name Nketia, Eddie Nketia von Arsenal. Ja, soll scheinbar verliehen werden. Ich weiß nicht, ob er festverkauft wird, aber da haben wir eh keine Chance. Auch schon bei Laie wird wahrscheinlich das Gehalt einfach einige sprengen. Also recht unwahrscheinlich, aber unser Name wird halt genannt. Augsburg, Stuttgart, Hertha, München, Gladbach in der Bundesliga oder in Deutschland und Norwich, Burnley, Crystal Palace und Brighton sollen schon mal interessiert sein in der englischen Liga eben. Ich gehe fest davon aus, dass der Bray irgendwo nach England gehen wird und nicht in der Bundesliga aufschlagen wird. Gehe ich mal fest davon aus. Und auch noch, aktuell habe ich noch gesehen, so ein bisschen Transfermeldungen in meinem Kicker durchgegangen bin, die Ticker-Seite quasi. Auch Dinier wohl zu Gerard, das ist der Linksverteidiger von Everton, wo schon auch Ewigkeiten klar ist, der wird wechseln. Jetzt soll es wohl schon im Winter soweit sein und 25 Millionen soll der Typ kosten und es ist eben ein Linksverteidiger. Das heißt, damit hätte sich auch das Gerücht mit Borna Sosa, würde ich mal sagen, definitiv erledigt zu Eston Villa. Dieses Jahr auch, die würden 30 Millionen, 25 Millionen würden die zahlen. Wenn die sich jetzt Dinier holen, damit ihren Linksverteidiger posten, füllen, ihre Lösung finden, dann ist auch an dem Sosa-Ding nichts weiter dran. Und jetzt kommt so ein Ding quasi, weswegen ich nochmal kurz meine Quellen sammeln muss und nochmal neu quasi euch den Sammellink erstellen musste. Nämlich auch, glaube ich, wieder Bild. Hat auch wieder getitelt, Bild-Plus-Artikel. Zum Glück genügen Leute, die dann eben das haben aus irgendwelchen Gründen oder irgendwie anders an die News kommen und das eben wenn wir auf Twitter hauen, damit man eben kein Bild-Plus oder sowas braucht. Da hieß es, Überraschung, ein Spieler vom VfB, den man nicht so auf dem Zettel haben könnte, könnte vielleicht doch wechseln. Genannt ist da wohl Klimowitsch. Missentat, Teto hat Qualität, aber Chris Führig und Oma Mamusch sind ähnliche Typen. Wer mit Oma vom Afrika Cup zurückkommt, darf man über Luftveränderungen bei Teto nachdenken. Über eine schlaue Laie könnte man diskutieren, aber aktuell sehe ich die nicht. Wie gesagt, Wechselverbot gibt es bei Eckloff, Armada, Milo. Da gibt es noch genaueres. Sie sollen in die Spielzeit von Castro hereinwachsen. Ja, Klimowitsch-Laie kommt ein bisschen random, aber irgendwie auch nicht, weil so richtig zum Zug gekommen ist, ist er ja auch nicht. Und wenn er am Zug war, auch nicht so richtig. Da lief es auch nicht so richtig, muss man ehrlich sagen. Ich mag den ja irgendwie, aber da fehlt einfach irgendwie noch dieses eine Spiel, diese Paar-Spiele, wo es vielleicht zack, diese Nussknackerspiele quasi, wo es einmal kurz geknackt ist und dann auf einmal läuft es. Irgendwie kann er richtig befreit aufspielen, macht seine Hütten. Ähnlich bei Kulibali und so Konsorten. Deswegen mal gucken. Scheinbar gerade noch keine schlaue Laie in Sicht. Ich weiß nicht, was er jetzt eine schlaue Laie wäre. Ich glaube, Miljovic braucht es nicht in die zwei Liga aus sein oder sowas. Ich glaube nicht schlau. Da ist er nochmal körperlicher und alles. Er bringt, glaube ich, nicht, wo du einen Klimovic hinleihen sollst, damit es richtig schlau ist quasi. Aber der ist scheinbar ein Thema auch tatsächlich auf Leihliste. Wir wollen unseren Kader minimieren. Wir sind gerade bei 34 Leuten im Kader. Wir wollen uns ein bisschen runterschrauben, das Ding. So, Kicker. Kicker. We need to talk, Alter. We need to talk. Gehen so ein bisschen auch die Kicker-Ratings und Rankings durch, die es jetzt auch wieder alle Jahre wieder gibt oder gab zum Jahresende. Erstmal keine Spieler, sondern einfach nur Team insgesamt. Die Foul-Play-Tabelle. Auch schön. Da sind wir auf Platz 3. Da sind wir auf Platz 3 in der Liga. Nur Merkel holzt quasi, haben Wolfsburg und Leverkusen unter uns, Augsburg auf Platz 4. Da haben wir es recht hoch geschafft, tatsächlich. So, hier ist der Kader vom VfB, wenn ich gleich ein paar Leute nennen kann. Wir fangen nämlich an. Tod habe ich hier, glaube ich, nicht mit drin, aber die haben sich immer wieder gegliedert in nationale Klasse und internationale Klasse. Wie gesagt, Keeper habe ich hier nicht drin in der Quelle, aber Müller ist ja, glaube ich, auch nirgends groß genannt worden. Wir fangen vor allem bei Innenverteidiger an, weil es da, glaube ich, das Krasseste ist von allen. Internationale Klasse. Zweites Halbjahr zu 2021, muss man dazu sagen. Das heißt, Hinrunde von dieser Saison, nicht Rückrunde, letzte Saison irgendwie mit drin. Zweites Halbjahr 2021. Kicker-Rangliste des deutschen Fußballs. Innenverteidigung. Zwei Leute nur aus der gesamten Bundesliga in internationaler Klasse für diese Hinrunde. Nico Schlotterbeck von Freiburg, okay, und Niklas Hüle. Bruder. Okay, Niklas Hüle, warum nicht? Aber jetzt kommt es halt, nationale Klasse. Akanji, Obamecano, Niakate, Ndika, Lienhardt, Hernandez, Kevin Vogt, Stefan Bell, Jonathan Tarr, Klostermann Oxford, Raphael Xichos, der jetzt glaube ich von Köln irgendwo in die USA oder nach Mexiko oder wo auch immer hin ist, Alexander Hack, Guardiol, in den Top 16, findest du den Namen Dinos oder Konstantinos Mafropanos nicht. Du findest ihn nicht in diesen Namen. Und das ist kompletter Vollquatsch. Also jetzt mal ehrlich, diese Hinrunde von Dinos, müssen wir nicht erzählen, was sind da für Namen drin, Mann? Jonathan Tarr, Zichos, wo habe ich noch gelacht, bei Bell und bei Vogt? Was soll denn der Humbug? Kein Dinos drin. Wirklich kein Dinos drin. Ich kann bei uns mal gucken, was haben wir noch? Gut, Ito, bisschen Longshot vielleicht. Anton auch schwierig, aber ey, Bruder, dass da kein Dinos drin ist. Hilf Gott. Wir machen weiter, Außenbahn, Defensiv, einer, in der nationalen Klasse, einer, Alphonso Davies, ist okay, nationale Klasse, Günther, Hektor, David Raum, Frimpong, Benno Schmitz, Wittmer, Angelinho, Thomas Meunier, Hinkapier von Leverkusen und Cedric Brunner von Bielefeld. Auch wieder eine Top-Elf, keiner vom VfB dabei. Natürlich auch schwierig, da einen zu nennen, aber wir hätten da einen mit Borna Sosa, der jetzt natürlich am Ende ein bisschen verletzt war und so, aber der hat 15 Einsätze gesammelt bisher. Bruder, also, ich kann es nicht erzählen, dass Sosa da nicht auch mit rein könnte, weil ich wieder andere Namen da lese. Mittelfeld-Defensiv haben wir drei Stück in der internationalen Klasse. Kimmich, Goretzka und Skiri von Köln. Okay, Nationalklasse, Höfler, Ciprizo, Andrich, Ljubicic, Gredic, Zakaria, Salih Ötchan, Dennis Geiger. Auch wieder Top-Elf, kein VfBler dabei, kein Vataru-Endo dabei. Natürlich ist die Frage, gilt da ein Mangala als Mittelfeld-Defensiv? Ich bin mir gar nicht sicher, wie der Kicker das dann genau einplant. Aber Bruder, du hast da einen Endo, du hast da einen Mangala. Also, mir fehlen ja wirklich ein paar VfB-Spiele. Ich meine, klar, wir sind auf Platz 16 und es geht vor allem um die Halbs, um das zweite Halbjahr, logische Geschichte. Ah, Bruder, das ist wirklich schwierig, finde ich. Mittelfeld-Offensiv, da würde ich jetzt auch keinen bei uns krass drin sehen. Da haben sie Müller tatsächlich in der Weltklasse, das heißt, die Kategorie gibt es auch. In den anderen haben wir einfach scheinbar keine Weltklasse-Spieler, auch interessant. In der internationalen Klasse haben sie einige aufgelistet, Wirtz, Nkunku, Bellingham, Jonas Hofmann und Marco Reus, Nationalklasse, Forstberg, Brandt, Marc Uth und Chai Sung-Li von Mainz. Also da auch in zehn Stück keiner drin, aber das ist auch irgendwo verständlich, finde ich, ist okay. Außenbahn-Offensiv haben wir einige in der internationalen Klasse drin. Sieben Stück an der Zahl, Sané, Coman, Gnabry, Vincenzo, Kri, wo auch wild, Musiala, Kostic, Diaby und nationalen Klasse Patrick Wimmer von Augsburg. Ja, da fehlt uns halt einfach Silas. Wenn der eine ganze Hinserie hätte oder so, dann könnten wir tendenziell einen Silas drin sehen und zur Kompetierung am Ende quasi noch Stürmer. Da war natürlich auch kein mit drin, weil wir auch gefühlt keinen richtigen Stürmer hatten die ganze Hinrunde, mein Mammusch und so, klar, aber Kalajic hat gefehlt, klare Geschichte. Weltklasse zwei Stück, Lewandowski Haaland, klar, Nr. Klasse schick, yo, Modest, Avonir, Höhler, auch wild, von Freiburg, Burkhard, Yusuf, Paulsen, Kramaric, selbst ein Juventus schafft es rein von Berlin, Kruse, Unisivo von Mainz, Rutter von Hoffenheim, also, ja, ich meine, die letzten paar waren jetzt okay, aber ich finde vor allem in Defensive, also von mir sogar auch Außenverteidiger mit Sosa, aber vor allem in Innenverteidiger, da fehlt mir mindestens ein Dinos und Defensive im Mittelfeld kannst du eigentlich auch von Stats her und alles, glaube ich, echt einen Mangala, äh, einen Endo in Betracht ziehen oder so, aber das waren die Kickerdinger, wollte ich mal kurz drüber reden, über die Rankings, aber wenn man sich so die, die Kommentare anguckt, dann, ähm, ja, stimmen die meisten nicht so ganz zu, was da passiert in diesen Rankings, kommen wir zur letzten Kategorie, so ein bisschen aktuelleres und, ja, VfB und Corona und wie auch immer, komische Kategorie, äh, gute Sache, die wir gerne unterstützen, schreibt da VfB, VfB Fairplay verdoppelt die Spenden, so mit der Hinrunde, Becherpfand, ähm, schönes Ding vom VfB, ähm, die sammeln ja immer die, äh, ja, die, die, die Anzahl an Becher und so weiter und sammeln dann die Kohle, die quasi daraus entstehen würde, ähm, sammeln ihrem Pfand eben, Becherpfand, das hat jetzt gerade viel zu lange gedauert für die simple Erklärung eigentlich, haben da fast 800 Euro, oder haben 800 Euro gespendet, fast 800 Euro gesammelt, VfB verdoppelt das Ding, schön, dass er auch auf so eine, das ist keine kleine Aktion, aber es ist auch keine riesige Aktion von VfB, aber schön, dass sie darauf reagieren und das auch tatsächlich verdoppelt haben, schönes Ding, ähm, auch schönes Ding, die Arbeiten laufen, in Mercedes-Benz Arena wird ein neuer Rasen verlegt, wichtig, am Samstag geht es ja gegen RB Leipzig zu Hause, da sehen wir hoffentlich auch den, was heißt hoffentlich, da sehen wir einen neuen Rasen und keinen Acker mehr, nie noch am Ende der Hinrunde, auch interessant, äh, hab ich jetzt hier nur von dem Twitter-User gelesen, aber dem glaube ich jetzt einfach mal, ähm, der VfB spielt am 27.1., da ist ja dann irgendwie scheinbar wieder Pause in der Liga, am Donnerstag ist es, äh, ein Testspiel gegen Sandhausen im Schlinz, ähm, unter Ausschluss der Öffentlichkeit, ähm, dann Thema, hatten wir auch wieder den Viert gemerkt, auch im Stream habe ich es ein paar Mal angesprochen, äh, Ricky Palm hier wieder, lange halte ich diese Bundesliga-Geisterspiel-Atmosphäre nicht aus, meiner Meinung nach reine Symbolpolitik, schadet mehr als das, als das es nützt, macht die Stadion auf, 2G und ciao, das kam von ihm zum Bayern-Spiel, gegen Gladbacher zum Rückrunden-Auftakt, ähm, ja, muss man jetzt so sagen, es ist, es bockt einfach null, so, ne, muss man, Scheiß auf, also nicht Scheiß auf Lage, aber ihr wisst, was ich meine, Scheiß auf Lage und alles, es bockt nicht, Fußball zu gucken, wenn keine Zuschauer im Stadion sind, es macht keinen Sinn, es macht keinen Spaß, es ist unnützer Scheiß, sich Spiele anzugucken ohne Fans, du kannst das Gefühl sein lassen, es bockt nicht, es bockt null, vor allem hätte ich diese Streams nicht, wo ich ja wenigstens mit euch interagieren kann, ähm, labern kann, wie auch immer, und will die Dinger alleine, oder was heißt alleine, oder einfach nur quasi ohne Stream und so, ganz normal angucken, gefühlt tonlos auf dem Fernseher angucken, ich hätte so keinen Bock auf die Scheiße, also ohne Witz, ähm, passt die Überleitung quasi rein, Inzidenz, Großbritannien, war auch vom 2. Januar ein bisschen länger her, äh, 1778, Stadion voll, Inzidenz Deutschland 230, Stadion leer, dass da nicht jeder mit klarkommt, ist irgendwo dann trotz allem auch verständlich, weil man sieht es ja, ich weiß nicht, ob es nicht nachgeprüft war, wir sind ja auch wieder gefühlt, das einzige Land in Europa, in den großen europäischen Ligen, das Geisterspiele hat, ne, Italien hat doch Zuschauer, Frankreich hat Safe, die hatten wir ja schon recht früh wieder, glaube ich, Spanien hat auch Safe Zuschauer, vielleicht auch nicht überall in voller Auslastung, die haben alle Safe Zuschauer, England braucht sich zu Problemen, die haben voll, voll Zuschauer, wenn man das einzige Land, das da halt wieder, ne, schräg durch die Rechnung macht, ähm, tut natürlich extrem weh, ob das alles so begründet ist und nötig ist, ähm, mit Omikron schieß mich tot, da bin ich der Falsche, um das zu bewerten, nur aus meiner Fan-Romantikers Sicht, tut das natürlich extrem, extrem weh, vor allem nach einer Hinrunde, wo du zuerst 25.000 hattest, danach sogar die Vollauslastung hattest oder mögliche Vollauslastung hast, das unter 2G und so weiter, tut das extrem, extrem, extrem weh, ähm, was auch weh tut jetzt zu sehen, aber irgendwo auch okay ist, das irgendwo auch Sinn macht, irgendwo zu erwarten war, dass es so handhaben werden, wir haben ja in Baden-Württemberg unsere Alarmstufen, ne, Alarmstufe 1, Alarmstufe 2, wie auch immer, mit, äh, Hospitalisierungsinzidenz und eben dem Wert von Covid-Patienten auf Intensivstationen, das bin ich ja auch ständig am Pflegen, mindestens alle zwei Tage, im Praktikum, äh, die Corona-Daten bei uns auffrischen auf den Seiten, ähm, und da sind wir jetzt eben auch weiterhin recht entspannt, was heißt ich entspannt, aber auf jeden Fall unter diesem Wert von 450, das war ja einer der, äh, Werte, um die es geht, in Sachen, ähm, Alarmstufen und so weiter, ne, ich kann es hier mal bei mir kurz aufmachen, genau, ab 450, ähm, haben wir die Alarmstufe 2, drunter haben wir Alarmstufe 1, die beginnt ab 390, äh, und da gibt es nochmal einen Wert bei 250, nochmal einen Grenzwert quasi, und wir sind gerade bei 431, ähm, wenn es irgendwie, ich glaube, fünf Tage am Stück ist, ist es glaube ich, ähm, die Regel quasi, wenn es fünf Tage am Stück unter diesem Wert ist, dann tritt quasi diese andere, äh, Alarmstufe 1, also würde wieder Alarmstufe 1 eintreten, wenn ich gerade nicht alles wieder durcheinander bringen, ist ja alles nicht ganz so einfach, ähm, mit den tausenden Regeln und damit wäre halt auch, glaube ich zumindest, von diesen ganzen offiziellen Statuten wieder mehr möglich, ne, da wäre wieder mehr möglich, äh, in Sachen Stadion, mit Auslastung, mit 2G+, 2G, wie auch immer, auf jeden Fall wäre da wieder eine bestimmte Form von Auslastung möglich, ich glaube 15.000 oder so, glaube ich, wäre da wieder möglich, direkt aber schon zurückgerudert, auch wenn wir drunter sind, ich meine, die Hospitalizierungs-Inzidenz ist sowieso eindeutig drunter, ähm, aber auch Intensivbetten sind es drunter, unter Alarmstufe 2, ja, trotzdem heißt es, nö, gibt es nicht, äh, wir behalten die Regeln von Bund-Länder-Konferenz und so weiter, behalten wir bei, Omikron und so weiter und so fort, ähm, war wieder, wie gesagt, fast so ein bisschen zu erwarten, aber es hat, wenn es sich so weiterführt, ne, ist ja auch immer so ein Ding, muss man ein bisschen warten, ähm, die Hospitalizierungs-Inzidenz, so die, die jetzt gerade auf dem Intensivstation liegen, spiegelt auch nicht das perfekt wieder, wie es genau ist, ne, es hat ja alles ein bisschen Verzug, bis alles gemeldet wird und so weiter, bis alles ganz genau richtig ist, äh, aber natürlich, wenn es so weitergeht mit Omikron, dass einfach die Zahlen steigen, das tun sie ja gerade, aber eben auf Intensivbetten alles in Maßen okay ist, also die nicht hochgehen und nicht so viel dran sterben, so wie es ja aktuell aussieht, ähm, dann, ja, ist es ja okay, wie es einen verlauf nimmt gerade, natürlich schade, wenn man halt sieht, jo, cool, wir wären eigentlich nach den Statuten, die ihr irgendwann mal festgelegt habt, wären wir wieder in der Lammstufe 1, ah ne, warte mal, wir haben noch andere Regeln, dann scheiß auf unsere Statuten, machen das, was alle machen, ist halt schade, gerade wenn eben dadurch nur Hoffnung da wäre auf Zuschauer, ich bin mal echt gespannt, jetzt haben wir Januar, ich habe eine leichte Hoffnung, weil, ich habe es auch schon gegen Fürth angesprochen, es tut extrem weh, ich würde so gerne zu den Auswärtsspielen fahren, ich würde gerne nach Fürth, gerne nach Freiburg, gerne nach Hoffenheim, eine leichte Hoffnung habe ich auf Hoffenheim, Hoffenheim ist das letzte Spiel im Februar, müsste es sein, Freitagabendspiel, vielleicht ist da wieder was möglich, ich habe keine Ahnung, wie das jetzt verlaufen wird, was wir jetzt alle sehen, jetzt gerade auch wieder raus aus den ganzen Feiertagen, jetzt kommen auch quasi die richtig, richtigen Zahlen, war ja immer ein bisschen Verzug und nicht alles perfekt und so, über Feiertage wurde ja alles schon angekündigt, ist ja alles normal, haben wir auch in den Daten gesehen, aber jetzt kommen wir dann, irgendwann die richtig ernst zu nehmenden Zahlen, doof gesagt, dann hoffe ich mal, dass das alles so ein bisschen sein, wie es bisher ja okay aussieht, wenn die Zahlen steigen, wie gesagt, aber solange intensiv und tot und sowas nicht so der Fall ist, dann ist es ja mehr oder minder okay, doof gesagt, aber ich bin mal gespannt, ich habe eine leichte Hoffnung, das ist Hoffnung im Spiel Ende Februar, sind ja noch fast zwei Monate, anderthalb Monate noch, bis dahin bin ich mal gespannt, ob man da hin kann, und mal gucken, weil wir wieder Heimspiele haben, natürlich dann auch, aber auswärts immer was Besonderes und gerade diese drei Spiele am Stück, dazwischen noch Leverkusen, in den Auswärtsspielen, aber gerade die drei am Stück, ist halt echt schade, weil da könntest du überall hinfahren, alles in der Nähe hier, mal gucken, mal gucken, und dann sind wir durch, fast 40 Minuten, ordentliches Brett, ordentlich was drin, ihr könnt einiges kommentieren, Kicker und Co., Transfers, und natürlich auch das Thema hier mit Stadion, was ihr davon haltet, gab ja mal einen Kommentar dazu, als es rauskam, dass wir wieder Geisterspiele haben, da kam ein Kommentar dazu, immer noch online natürlich, könnt ihr euch auch wieder nochmal reinziehen, und vielleicht auch, wann ihr wieder hofft, ins Stadion gehen zu können, was ihr so glaubt, wann wieder irgendwie was geht, sich ein bisschen Mut machen vielleicht, weil ganz ehrlich so, macht das einfach keinen Spaß, Bundesliga zu gucken, dazu läuft es sportlich gerade nicht so perfekt, ist gerade nicht das Geiste, sich den VfB in der Bundesliga anzugucken, muss man ja auch mal so ehrlich zugeben, gerade hauptsächlich, gefühlt zu 90 Prozent, wegen den Geisterspielen eben wieder, und da hüpfe ich jetzt tatsächlich mal, quasi nachdem ich hier schon auf, Aus, auf Aufnahme beenden gedrückt habe, nochmal kurz rein, kurz bevor die Abmod kommen quasi, weil ich gesehen habe, lol, ich bin einfach auf der letzten Quelle quasi stehen geblieben, habe die nicht mehr angesprochen, sondern einfach als Screen hier noch vor mir gelassen, auch nur kurzes Thema, habe ich bei der Sportschau noch gesehen gehabt, dass tatsächlich jetzt hier der Felix Zweier, vor er es nicht mehr pfeifen wird, keine Spieler mehr pfeifen wird, der Schiri, hat wohl auch mit dem Spiel gegen Dortmund zu tun, also Dortmund-Bayern, wo er ja auch krank angegangen wurde, wie gesagt, man kann, ich bin auch der Erste, der irgendwelche Schiris angeht und so, oder am Stadion mitpöbelt, aber das war es dann auch, also was da teilweise zurückkommt, auch selbst auf dem Post hier, ist komplett krank, was auf dem Post da teilweise kommt, da muss selbst auch die Sportschau, auf Instagram hier quasi nochmal sagen, ey, netti Kette, jeder darf schreiben, was er will, aber, oder was er denkt, ist aber sensibles Thema, mit heiliger Gesundheit, deswegen auch hier von mir nochmal, krank, krank, was bei ihm lief, da haben wohl mal wieder alle irgendwie den Fall Robert Enke, kommt mir immer direkt in den Kopf, den Fall haben da glaube ich viele wieder vergessen, bei solchen Themen immer, gerade in Social Media, es ist so dermaßen einfach, da so einfach so eine gequirlte Scheiße reinzuschreiben, du kannst sagen, dass es kacke war, was er gepfiffen hat, wie auch immer, aber so da ist die Grenze, da ist die Grenze, oder auch hier, weißt du, Kommentare wie irgendwie, ja, der darf, oder, ja, soll er lassen, oder sowas, oder dann, komm nicht wieder, oder wie auch immer, kann gerne für immer sein, oder irgendwie solche Kommentare, also Bruder, Hilfe, das ist ganz, ganz schlimm, diese scheiß Social Media Welt, oder wo auch immer, er sich halt diese Eindrücke mitgenommen hat, um zu sagen, ey, bin gerade nicht mental auf der Höhe, ich muss hier mal kurz einen Stopp, Stopp reinhauen für mich selber, deswegen, weil hier noch mit reinnehmen, so als kleine, ja, wie soll man sagen, wichtige Message, wie auch immer, fand ich nur krass, dass ich das gesehen habe, habe jetzt keinen fetten VfB-Bezug, aber fand ich krass, wollte ich hier nochmal erwähnt haben, wie ich sagen, wir sind durch, alle Links sind eben in diesem schönen Sammellink, in der Videobeschreibung drin, ihr wisst Bescheid, bei mir fürs Zuschauen, vor allem hier wieder fürs Zuhören, und bis zum nächsten Mal.